so herzlich willkommen zu einer neuen folge von gta stand ostküste spiele mal den host für alle den horst für alle und dann geht das spiel auch direkt los hier staunen dass ich zum ersten mal schau mal wie es wird wie sagt ob ich gewinne oder verliere spielt für mich keine rolle für mich zählt nur der spaß hat die korrektheit und respekt und mit anderen ist mir eigentlich ich sag mal egal so lange das nur ein spiel ist ist das voll egal deswegen gibt es vom joch immer geniet zu sehen so guck mal ob ich ja ob ich ja war von euch ja Momentan sieht das ganz süß aus, das war schon der erste Schubsang, what the fuck? Ach du Scheiße, oh, was ist denn hier los, Alter, das war richtig schwer. Alter. Und dann ist es wie rund, ey, fuck. Oh nein. Oh, fuck, ey. So eine Scheiße. 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 das ist das 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 Ja, ist doch behindert. Ja, ist unfair. Arschloch, Alter. Ja, ich weiß, dass ich ein A-runner kann. 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 Warte, warte, Balling, Alter. Wie gescheute sind das, Alter. Man kann auch nirgendwo einstellen, wo man die Fahrzeuge ausbringen kann. Das ist das Problem, ey. Aber egal, machen wir einfach weiter. Dass man die scheiß Fahrzeuge ausblenden kann, ey, ist da bescheuert. Mann, 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 Mann. Ne, kann man nicht ausstellen, ey, Karte, ne, ne. Ja, das versteht überhaupt nicht, ey. Dass das nicht funktioniert. Ey, was ist Englisch? Der Zaun ist auch ziemlich laut von den Fahrzeugen. Wo ich eigentlich schon alles ausgestellt habe. Das ist ja dringend rein, ohne Ende, ja. Oh, das ist Englisch. Ja, der geht ja doch hier, ja. Oh, komm hoch hier. Oh, Mann, ey. Oh, scharfe Kugel hier. Oh, Mann, komm mal. Ach, nein, das war das knapp. Das war H-Shop. Oh, Mann, Gott, Alter. Ah, das ist der Hammer, Alter. Um Gottes Willen. Boah, Alter. Obwohl ich künzt, ey, ich gucke die Sprünner. Alter, zwei Runden. Ey, ich gucke die Kotzen, Alter, ab, ey. Ne, ist ja der Hammer. Weil sobald du überholst, schmeiß sie dich raus, ey. Das ist es ja nicht. Den Scheiß überholen. Man muss es irgendwie taktisch machen, aber es ist schwierig. Oh, der macht einen Abflug. Komm, 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 komm. Jawohl. Das ist der Hammer, Alter. Man sieht kaum was, ey. Das ist total der Hammer. Nein, Mann. Aber ich wusste, ey, dass das passiert. Ich hab's ja an, ey. Oh, Scheiße. Und dann ist es immer so dunkel hier, ey. Okay. Na ja, kaum viel da, Mann, Alter. Bei der Strecke, Alter. Boah. Extrem funny, Alter. Der ist extrem schwer, die Strecke, Alter. Total der Hammer. Der ist extrem schwer, die Strecke, Alter. Also Respekt, die wir geschafft haben, ja. Also Respekt, die wir geschafft haben, ja. Also der war schon krass. Also sehr krass. Bei der Strecke, ey. Totaler Wandel. Und dann noch in der Nacht, ey. Das ist ja noch dreimal so schwer, ja. Das ist ja noch dreimal so schwer, ja. Unglaublich. Dass ich da überhaupt ins Ziel gekommen bin, ey. Geil. Na ja, immerhin vierter. Ist doch okay. Na ja, würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder. Auf jeden Fall im nächsten Bad. Also haut da rein. Bis dann.